Der Lunger hat ganz besondere Bräuche, die es sonst nirgends gibt. Das ist zum einen einmal Samson, das ist die Bibelfigur aus Samson und Delilah, der bei Prozessionen bei uns durch den Ort tragen wird. Dann natürlich die Murer und Sederhauser Brangstangen, die auch bis zu acht Meter hoch sind, 80.000 Blüten haben und die auf eine alte Häuschschreckenplage zurückgehen. Und natürlich nicht zu vergessen ist Breber Schirsten, wo beim Schirsten nicht auf die Scheibe direkt, sondern am Spiegelböde im Wasser geschossen wird.